hasta la bon reis muchachos peace und die nüßelte kraut herzlich willkommen zurück zu der beiden runde rainbow six siege ranked unterwegs sind wir heute auf oregon zusammen mit krankbosser halli 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 jawohl ich bin immer ein bisschen kränklich aber dafür habe ich meinen aim trainiert ich werde weniger reden sondern ich werde mehr skillig sein schnauze halten und focus muchachos es gibt seit diesem wochenende in unserem merch shop muchachos die geilen ziegenmann plüschtiere oder ziegenmann kuschelkissen bei uns im merch shop zusammen im bundle mit diesem sexy t-shirt übrigens hashtag werbung schaut gerne in die beschreibung da ist der link zum shop verlinkt der link zum shop verlinkt easy schauen sie gerne in wir würden uns freuen kauft euch ein geiles stück stoff wir spawnen street sie gehen twitch können wir noch gebrauchen sie gehen zuerst schlafzimmer oder sie gehen zuerst nach unten ich glaube eigentlich sie gehen zuerst nach unten gut dann spielt tatsächlich mal das twitch ich habe twitch schon übertrieben nicht mehr gespielt obwohl sie früher mal fast sowas wie mein main war lang nicht mehr gespielt und ich hoffe ich komme mit der waffe klar wir werden sie und vor allem mal gucken ob ich die drohne hier irgendwie sinnvoll benutzen kann und ja sind auf jeden fall unten schon mal sehr gut construction spornig ich habe die go weil schon jetzt twitch aufpassen hey halt warte halt stopp jäger hat den job verstärkt und hat mir sein arsch hingehalten ich musste da rein schießen und es war nur der jäger und ich wusste er ist beschäftigt mit job verstärken aber genau in dem moment wo ich schieße und alle die treppen hoch und zerstört meine drohne rausfahren ja ich hab eigentlich wollte ich erst komplett draußen stehen bleiben und gar nicht rein fahren weil ich dachte sicher ist sicher aber dann habe ich diesen arsch gesehen und dachte mir das war nicht meine schuld das war eigentlich meine schuld also wenn der mir wirklich den arsch in meine richtung gestreckt ich musste ich musste es ging nicht anders so question ist die hatten mir wahrscheinlich das soll ich mit meiner drohne erst mal zu dir kommen und das war der jäger übrigens hat sich dann zumindest gelohnt würde ich sagen das war schmutzig habe ich mit der drohne ein bisschen gebetet muss ich sagen scheinbar haben die gar keine mir oder warte mal doch haben sie ich habe auch so ein pech alter ich war schon wieder fast beim mira window und dann kommt gerade der smoke aus dem raum aus der rotation oh geil warte smokey 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 warte genau vor mir genau vor mir wie konnte ich die da nicht sehen warte mal war ich einfach gerade blind aber sehr schön warum stimmt sie nicht ich laufe durch den rauch durch aller und genau vor mir steht sie gewonnen vielleicht gehen sie nach oben da nimmst du ja gerne mit granaten aber das letzte schon weg finde ich habe tatsächlich noch eine gute alternative oder ich bin ganz gerne im breacher oh nein wer war das das war mit einer mit zwei kills ist egal ist egal vielen fünf das sind wir mutter marvin ist krank also rasieren wir jetzt klaro du musst ja ich weiß doch schon wegen schlafzimmer rein ja erst mal schauen wir sind ja sind oben okay sind oben gut wo hast du deine drohne ich habe meine gerne was ja er ist unfassbar ich habe meine drohne schon im schlafzimmer drin bei diesem bank geld gehabt wo man sich überspringt oder kommt jemand anwenden warte someone ist big tower es wird ist von uns da hinten keiner erst da ist ja raus gelaufen fast gedacht ja ich weiß nicht ob die einen bandit haben wenn die was bandit mäßiges hätten müssten wir mit einer granate die ladung weg sprengen ich mach erstmal weapon re-off was heißt du machst weapon re-off also ich will da rein ich hab aber heute auch ein timing mit meinen drohnen das ist unfassbar alter schmeißt drohnen hoch auf den balkon fahr rein im schlafzimmer mit der drohnen dog is big tower dog is big tower second floor ich habe jemanden injured ich habe jemanden injured ich habe jemanden injured und im kill brabapapam alter magic johnson das würde war das der rook war ist er tot pass auf hier fuck ähm eigentlich bräuchten wir dich hier beim schlafzimmer ich muss dich rüber sprengen ne 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 ich komm hier rüber Legion war gerade noch weaponry oder ist immer noch weaponry Legion in weaponry Schlafzimmer ist gerade clear Bist du sicher? Ja, auch Hitler ist clear Legion ist hier Legion kommt, Legion kommt Schöner Call Mach ich den Bruder hier auf Ich würde kurz drohen wollen Ne, kann ich nicht mehr Bist du Boah, alter Aber ich könnte glaube ich planten Wenn ich Deckung kriege Ich hab ja Deckung von da Ja warte ja ok Ich bin in Gaumen zu plant Da Oh fuck Ich bin in Gaumen zu planten Ich planten Ich prefire ein bisschen rein Ja Wow, das war bei dem Windhole. Ich bin im Kinderschlachtzimmer. Wow, aber den haben wir eigentlich. Jaja. Digga, stimmt, Alter, 4 gegen 5. Er kommt aber erst gar nicht wieder, ne? Aber guck mal, alle zwei Kills bei uns im Team. Alle zwei Kills. Und wenn er jetzt wiederkommen würde, hätte er auch zwei Kills. Das wäre perfekt eigentlich. Sie haben zweimal auf die Mütze gekommen. Die können jetzt nach oben oder nach unten gehen. Das ist beides offen für die. Ja, ich glaube, ich nehme Twitch, um ihre Fenster aufzukriegen im Notfall. Ich überlege, ob ich Sledge nehmen soll. Ich glaube, ich nehme Gridlock. Okay, auch sehr gut. Intens! Ich hoffe, warum hast du... Achso. Der hat mich die ganze Zeit angemacht. Eigentlich war ich nicht am Drohnen, aber ich will ihm das kurz erklären. So, weißt du. Nicht, dass er jetzt sick ist. Sind die oben oder sind die unten? Ich glaube, die sind oben. Sind oben wieder, ja. Ja, die sind oben. Gut. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall eine Drohne im Big Tower. Okay, dann fahre ich in den Big Tower. Hallo. Ich habe ganz kurz im Kopf gehabt, dass sie mich zerschießt. Vigil ist in Garage. Okay, dann musst du da aufpassen. Und einer ist in Weaponry. Okay. Ne, Big Tower ist noch clear. Was ist das? Ah! Nice, Liga. Ich mache... Aber es war auch, glaube ich, wieder rechtes Timing für ihn, Alter. Loll. Nice, Alter! Komm schon! Wir ownen das! Wie heißt das mit der Weaponry? Anscheinend? Oh, hier ist eine Mossee da, ne? Ja, ich komme nicht ins Schlafzimmer rein, weil da Mossee ist irgendwo. So. Fuck, was machen wir denn jetzt? Ich werde so ein Schlafzimmer reinpushen müssen. Ja, 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 ja. Gehe ich auch rein. Ich kann halt nicht dronen, das fickt mich ein bisschen. Warte, ich kann doch dronen, warte. Warte, 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 warte. Wo ist meine Drohne? Aber du müsstest von Weaponry aus dronen. Ach so, okay. Weil du halt hier nicht reinkommst. Dann fahre ich mit meiner Drohne nach oben. Jetzt sind ja nur noch zwei Leute. Die machen das jetzt schon bewundert, ne? Hier ist keiner drinnen, Alter. Hier haben wir schon mal einen. Wie ist denn schon? Wo? Weaponry war gerade einer, aber das hat nur zwei, zwei, zwei. Ja. Lesion war hier vorne gerade. Lesion war es in front of hier. Ich weiß nicht, wie es Weaponry ausschaut. Warte, ich drawne eben. Ah, ich kann immer nicht dronen. Ah, ich muss meine Drohne erstmal holen. 53 Sekunden. Und? Ja, Drohne kaputt. Von wo? Weißt du das? Ich lauere von links aus dem Schlafzimmer raus. Ich lauere von links aus dem Schlafzimmer raus. Ah! Genau vor mir. Wo, wo, wo? Jetzt links hoch und links. Er war nicht in Weaponry. Nice. Nein! Nein! Sag doch nicht! Diese Calls wieder! Nein! Er war ja nicht in Weaponry! Wo warst du in Weaponry? Oh! Hier, da wo Hibana jetzt ist, da hat er mich gekillt. Oh! Ja, das ist echt. Nein! Der Call hat mich gefickt, weil ich dachte, du meinst, er wäre nicht in Weaponry. Ich meinte schon, als er mich gekillt hat. Wo ich jetzt zuletzt gesehen habe. Er hat mich jetzt da gekillt, wo gerade ich Hibana geplanten wollte. Shit, ey. Das wäre wichtig gewesen. Gerade 4 gegen 5. Ah! Da darf sowas richtig passieren, ey. Und es war schon 4 vs. 2, ne? Oh! Es war echt alles so knapp. Schade. Ah! Ah! Egal! Wir machen das. Ich nehme Leashen. Okay. Wir gehen unten hin, ne? War deine Schuld, Marvin. Okay. Der hat es auf jeden Fall auf mich abgesehen, schon die ganze Zeit. Mhm. Okay. Ich werde auf jeden Fall in Versammlungshalor umpimmeln jetzt. Eine andere Idee habe ich eigentlich nicht. Hä? Scheiße. Ich dachte, wir hätten noch Volierer. Nee. Dann hat er gerade noch umgepickt. Mir fehlt eine Rotation. Aber wir hätten noch immer eine Verstärkung brauchen. Oh, Bunker. Kommt sogar was. Scheinbar. Warte. Nee, doch nicht. Nicht? Nee. Dann könnte ich jetzt eigentlich rotieren. Nee, gehen eigentlich alle rüber. Das Ding ist, wir haben schon zwei Roamer. Ja, dann gehe ich zurück. Das heißt, ich kann nicht auch Roamer gehen. Alter, sind ja alle am Roamer. Fuck, Alter. Ja, deswegen sage ich ja gerade, ich kann nicht Roamer gehen. Ja, ich gehe auch zurück. Ich versuche Stairs zu halten. Wir machen hier ein bisschen Taktik-Maktik, Muchachos. Zum Ablenken. An welchem Loch man ist, man weiß es nicht. Eine Twitch-Strone habe ich weg. Ja, das ist schon mal gut. Eine Twitch-Strone ist down. Das Ding ist, das Gute ist, wenn du Stairs hailst, dann können sie eigentlich die Drops nicht aufmachen. Ja. Oder den wichtigen zumindest nicht. Oh, fuck, ich auch. Hä, wie hast du die gemacht? In die Wand einfach wahrscheinlich. Oh, fuck, ich bin jetzt hier am Arsch. Ich bin richtig am Arsch jetzt. Ich bin weg. Oh, ich konnte noch gar nicht abhauen. Oh mein Gott. Wurde gespottet von irgendwoher. Wow, hinter uns. Okay. Da, an der Nordseite. Du wurdest identifiziert. Ich wurde gejacket und gesuffiert. Okay. Okay. Fuck. Nein, habe ich. Ne, mir ist einer. Rechts zu mir. Hä, wie? Er sprayt einfach durch. Er sprayt einfach durch. Er war da. Ja, links was, ja. Letzter Verbleibsbegegner. Ja, ich auch da was, ja. Ja. Nur noch 15 Sekunden. Ange- angetäuscht. War angetäuscht, ja. Zehn Sekunden noch. BEL! WUH! Alter! Alter, war das intenser! Alter, ich kann nicht mehr... WUH! Ja, das äh... Alter, rasieren wir die Eier, wir sind hier am Zittern! WUH! Okay, wir gehen kills. Jetzt konzentrieren. Ja, ähm... Da nehme ich eigentlich über Doc. Wobei halt auch ein Lesion... Lesion hat gerade so den Arsch gerettet, Alter. Ich in dem Capcom. Sie hat aufgehört anzutäuschen, hat sich dann bewegt, deswegen habe ich dann halt gehört, dass sie nicht mehr plantet. Ich bin ja zurückgegangen, genau wie immer, als sie geschossen hat. Ich habe schon drei Drohnen weg. Ja, okay, das ist sehr gut. Okay, Marvin, kannst du Notation da hinschießen? Wohin? Ja. Hinschießen oder hinwerfen? Werfen, natürlich. Okay, Kamera. Und ich bleibe auf jeden Fall im Kinderschlafzimmer. Okay, muchachos, wir müssen das jetzt hier safe runterketten. Vier gegen fünf, das ganze Game. Dass er wirklich eiskalt nach der ersten Runde einfach weg ist, wenn der Finger kommt. Ja. Richtiger Choro. Richtiges Snitch einfach nur. Ja, unser Team ist schon wieder hart am Rauscampen. There is one already. Bitte, stirb nicht. Stirb nicht, Vakery. Im kleinen Tower sind auch irgendwelche drin. Okay. Irgendwo gab es so einen Spot, wo man durchschießen könnte. Nice. Okay, nice. Ja, okay. Sehr gut. Jetzt kommt noch Leben zurück. Ja, ist immer noch einer davor. Norm jetzt immer noch davor. There is one in front of Big Window. Nice. Good job, Vakery. Not enough. Scheiße. Hier ist auf jeden Fall einer. Zeit ist mit uns. Ja. Vakery ist halt immer noch am Roam. Mhm. Das ist ganz gut. Come on, Muchachos. Wir schaffen das. Oh fuck. Okay, jetzt haben sie, jetzt haben sie Zeit. Ja. Das war Capital irgendwo. Aber ich glaube, der war im Front Window. Ich geh kurz in die Cam. Ich glaube, die sind im Bankbett, so ne Marvin. Wo ist der? Ich leide nach. Feuerschutz. Ja. Got one injured, injured. Nice. 15 seconds left. 10 Sekunden übrig. Einen hab ich. Der letzte ist hier, aber nirgendwo. Warten, warten, warten. Er plantet, glaube ich. Der letzte ist hier. Wuuu. Nice Deko. Alter, das Game Ende war richtig scheiße. Aber wir haben es geholt. Alter. Mein letztes Magazin noch. Ich konnte nicht mehr nachladen gerade. Alter. Die haben gescheißig geältet auf die und so 4. Ich dachte erst, die hockt hinter der Kommode da. Ja, dachte ich auch. Ha, Muchachos. Wir haben das Ding geholt. 4 gegen 5. Platinello, Alter. Ha. Ha. Das war aber auch ein intensives Game. Das war ein richtig intensives Game. Das war ein richtig intensives Game. Oh, ja. Alphapack. Komm schon. Leider nein. Schade. Bei mir auch. Leider nein. Knapp daneben. Muchachos. Wenn es euch gefallen hat, ballert den Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Jeder Daumen nach oben. Rettet ein Ziegenleben. Jeder Kommi. Rettet eine Bebenmöwe. Hashtag Fridays for Bebenmöwen Aktivisten. In die Kommentare. Denkt dran, Muchachos Merchop. Verlinkt in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao. Ciao.